Moin zusammen meine Freunde, ich grüße euch zu diesem Video und ich habe mal wieder was ganz Interessantes hier gefunden. So und hier sind wir einmal bei dem Anbieter Westnetz. Das ist halt so ein üblicher Stromanbieter bei uns hier in der Region und ich bin hier ganz genau beim Preisrechner Netzanschluss Strom. Sprich, wenn man einen Neubau macht oder aber hier ein bestehendes Gebäude hat, dann kann man Angaben zum Grundstück machen und so weiter. Und dann wird eine Leitung gelegt, damit man halt von der Straße aus den Strom am Mehrspartenanschluss im Haus hat. So viel erstmal dazu. Das ist ja noch nichts Besonderes. Aber bei meiner weiteren Durchsicht dieser Seite hier, der Beantragung, kam ich nämlich zu folgendem. Und so heißt es nämlich genau, Vorbereitung für eine Ladeeinrichtung. Ladeeinrichtung ist hier natürlich auf Elektrofahrzeuge bezogen, ob man hier so eine Vorbereitung haben möchte, wenn man eine Wallbox anbringt. Und das machen ja aktuell sehr viele Leute. Das ist ja nachvollziehbar, klar. So, und dann heißt es aber jetzt hier, und jetzt guck mal, der Neuanschluss kostet nämlich hier bis 30 Meter auf dem Grundstück 419,33 Euro. Wenn man diesen Klick hier macht, ist es kostenfrei. Und dann dachte ich erstmal, ja, das ist ja super, das ist ja total interessant. Aber um was geht es hier? Was klickt man denn da an? Das ist kein Pflichtfeld. Zitat, ich bin einverstanden, dass eine zukünftig von mir zu errichtende Ladeeinrichtung für Elektromobilität im Sinne des Paragrafen 14a ENWG durch die Westnetz bei Bedarf netzdienlich gesteuert wird und erhalte den Netzneuanschluss bis zu einer Grabenlänge von 30 Metern kostenlos. Und netzdienlich ist hier, könnte ich leider nicht markieren, das richtige Schlagwort, wo jedem eigentlich die Ohren direkt aufschrillen sollten. Und ich habe dann bisher recherchiert und geguckt. Und wir sind hier beim Artikel von elektroautonews.net aus dem Februar 2021. Kabinett beschließt ENWG Novelle, umstrittener Paragraf 14a gestrichen. Gucken wir nochmal nach. Paragraf 14a ist aber drin. Okay, wir lesen uns hier den ersten interessanten Absatz direkt mal durch. Hier der Entwurf und so weiter ist beschlossen. Allerdings, der umstrittene Paragraf 14a, der das Abregeln, ganz wichtiger Punkt, von Ladevorgängen von Elektroautos durch den Netzbedarf ermöglicht hätte, ist in der beschlossenen Fassung nicht mehr enthalten. Stattdessen wurde die Grundlage für dynamische Stromtarife gelegt, was das Verschieben von Ladevorgängen in den Nachtstunden finanziell attraktiver macht. Und Leute, das kannst du dir wieder mal nicht ausdenken. Hier geht es also im Speziellen darum, um das Praxisbeispielmäßig sich vorzustellen, denn ich habe mit Westnetz telefoniert und mal nachgehakt. Ja, was hat es jetzt genau damit auf sich? Weil vom Gesetz her klingt das ja jetzt nicht mehr so schlimm. So, es ist so. So wurde es mir erklärt. Man geht also hin und hat beispielsweise jetzt ein E-Auto vor der Haustür stehen, hat diesen Anschluss und hat gesagt, ja, die 419 Euro, die möchte ich gerne sparen, ist ja nachvollziehbar. Gerade ist ja auch der KfW-Förderkredit gestrichen worden von Robert Habeck und so weiter. Und dann sagt man natürlich, ja klar, dann spare ich da an der Stelle gerne. Das sollte man nicht tun, meiner Meinung nach. Laut der Aussage von Westnetz am Telefon ist es dann so der Fall, dass sie hingehen können und können nämlich hier netzdienlich steuern, was mir erläutert wurde folgendermaßen. Netzbetreiber gehen hin und dann lädt jetzt beispielsweise Nachbar 1, Nachbar 2, Nachbar 3 und auf einmal gibt es so ein bisschen zu wenig Verfügbarkeit des Stroms. Das heißt, die anderen Haushalte, die jetzt irgendwie am Kochen sind und alles Mögliche machen, da läuft natürlich auch die Wärmepumpe bei Neubauten, alles über Strom. Und es ist nicht genug Strom im Netz vorhanden. Was passiert dann mit den Elektroautos? Die laden nicht mehr mit 100%, sondern das wird runtergeregelt. Netzdienlich gesteuert, das ist die Bedeutung dessen. Das kannst du dir nicht mehr ausdenken. Das ist doch der Knaller. Du zahlst für eine Leistung, ich möchte hier vollen Strom haben und du bekommst den Strom. Aber nur nicht in 100% Geschwindigkeit. Der wird dir einfach deutlich langsamer geliefert. Und das Ganze, also ist eine Drosselung einfach. Anders kann man es hier nicht sagen. Und ganz interessant dann auch noch weiter in meiner Recherche aus dem Juni letzten Jahres gefunden ist, nächste Regierung tagt wieder zu § 14a ENWG. Und das ist wirklich ein ganz, ganz kleines Nischenthema, wo man wirklich relativ wenig Input und Informationen einfach zu findet. Deswegen hoffe ich, dass dieses Video hier ein bisschen Reichweite bekommt und der eine oder andere doch realisiert, Moment mal, warum sollten die mir denn jetzt hier wirklich 419 Euro schenken, wenn ich sage, jo, mach das mal, ihr macht das jetzt kostenlos. Also in dieser Abhängigkeit eines Anbieters sollte man sich meiner Meinung nach nicht geben. Aber schreibt mal eure Meinung rein. Bis zum nächsten und ciao. Bis zum nächsten Mal.